Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich hab's jetzt ne Weile lang nicht mehr gespielt. Also zumindest meine Let's Play Welt. Also ich muss mich erstmal zurechtfinden, wo ich hier bin. Ähm, irgendwie ja. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Ja, wir waren stehen geblieben. Stimmt, da haben wir ja angefangen mein Haus hier auszubauen. Ja, ich wollte ja so einen schönen... Boah, das sieht herrlich aus. Hier mit diesem Gras... ...dach. Da haben wir ein bisschen Holz. Ähm, wir haben wir grad nicht mit. Jetzt nochmal, weil wir die letzten zwei hier... Dann können wir nämlich das hier auch langsamer weg machen. Also das wird Hammerruck noch. Oh, da musste ich jetzt mal kurz gucken. Ja, schön mit der Minecraft Musik Hintergrund. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu laut. Also... Ich setz, glaub ich, nochmal die Gesamtlautstärke ein bisschen runter. Da... Ja, ich glaub, so geht es. Damit man mich auch gut versteht... Okay, haben wir Holz? Ja, haben wir noch, okay. Achja, wir waren ja... Genau... Wir haben mal hier alles ein bisschen terraformen gemacht. Die letzten... Naja, okay, die letzten paar Folgen jetzt schon nicht mehr. Ist auch schon eine Weile her... Würde ich mal sagen... Du 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 ja wir gehen die Treppe hoch, wir gehen die Treppe hoch. Ja die Sonne geht grad unter oder? Ne ich glaub die geht hier unter. Ja ich muss mich erst einmal hier ein bisschen umschauen, weil ich hab jetzt die letzten Wochen auch meine Einzelspielerwelt ohne Let's Play. Also die ich nicht als Let's Play mache. Ach ich hoffe ich krieg den Schnee hier noch, weil ich muss ja echt ein Glaskofi bauen also. Ja da baut er sich noch auf aber ja die Sonne geht auch unter. Wir sollten niemals 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 nachts unterwegs sein. Auch wenn wir haben Spaß zu schnabeln. Die Creepers und so mit denen meinen Freunden, ne meinen Hexen, ich hab's ja hier mit meinen Hexen also. Zwei mal ne Hexe verreckt, das glaubt mir keiner. So, das kann die Toma wegnehmen, das geht mir hier auch. Zeiger! Ja, schnabelt, 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 schnabelt. Ja wir könnten hier gleich... Ah ne, das muss wirklich... Ja ich nehmen... Jetzt wohl nur eine Stunde oder zwei Stündchen auch, weiß ich noch nicht. Ähm... Ja das kann die auch mal... Noch ein bisschen Zerrf machen... Haben wir ne Schaufel dabei? Haben wir Schaufel, Schaufel, Schaufel? Ja... Schaufel... Ach nicht das! Ja ich mach das! Tschuck tschuck! Weg 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 weg! Alles meins! Alles meins! Das und das und das! Noch das? Ja jetzt sieht schon ein bisschen besser aus. Ähm... Das... Wört noch ein bisschen dauern, bis wir es hier richtig geformt haben. Also... Ja... Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass das mit dem Gras dabei... Ich weiß nicht, ob man jetzt schon das weg... Also... Moment... Hier müssen wir auch noch ein bisschen... Hier müssen wir auch noch ein bisschen... was ändern... Äh... Aua... Obbruch... Wenn man hier... Das hier schon wegnehmen... Ob das Gras denn hier noch... Schon weiter wächst... Ich lass es jetzt einfach mal wachsen... Bis das hier alles grün ist... Und dann... Hau ich hier schon mal weg... Also... Wie gesagt... Ich find das halt... Schön! Ein schönes... Grünes Grasdach zu haben... Ja... Gefällt mir! Aua... Ich hab grad zum Zucken gehabt! So... Sturmschlag mäßig! Ah... Ich weiß nicht... Ob mir diese Ecke hier so gefällt... Ja das schon... Mit dem Zaun hier... Ja aber... Mit dem Glas... Weiß ich noch nicht... Weiß ich noch nicht... Ja... Ja... Ich weiß nicht wie wir hier noch... Ähm... Wir werden wohl in den Keller bauen... Also... Ein Kellerchen anrichten... Oder so... Oder noch ein Nebenhaus... Also das... Da lass ich mich jetzt noch überraschen... Was da daraus so machen... Aber ich geh jetzt erst mal gleich... Sch... 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 Was haben wir denn alles... Ähm... Bruchsteine... Nee... Hammer... Wie viel Eisen haben... Einmal ich ja... Ach... Sch... Nee... Nee... Nicht das Wort... Aber... Auf jeden Fall... Das ist zu wenig... Wir müssen unbedingt noch ne Höhle... Ab... Staunen... Glaube ich... Das... Äh... Ja... Tür zu... Ah... Jetzt kann ich schlafen... Na endlich... Gott sei Dank... Oh... Guten Morgen... Guten Morgen... Guten Morgen... Guten Morgen... Aber... Mach die Tür auf... Mach die Tür zu... Weil man müsste auch... Ja... 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 Wie gesagt... Ähm... Ich muss jetzt einmal gucken... Was ich hier... Habe ich nicht da was in diesem... Ja... In dem großen Ronald... Wollte ich ja noch was machen... Ne... Weiß ich allerdings noch nicht... Was... Lassen wir erstmal... Machen wir uns erstmal unser... Weizenfeld... Langsam... Klar... Wir haben ein bisschen Glas... Das ist ein bisschen wenig Glas... Das... Hab ich jetzt schon gesehen... Äh... Wie viel haben wir jetzt... Knapp... 64... Wie viel Glas haben wir... Komplett zu... Ja... 68... Wow... Bin beeindruckt... Na gut... Sag auf... Ein... Spinn... 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 Ich muss einmal gucken... Wo waren... Wo wir sch... Das klingt nach Hexe... Nein... 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 Hexen sind aber hier verboten... Ne... Ich muss einmal... Nachdenken... Ich hab das jetzt echt ne Weile hier nicht mehr gezockt... Und was... Hab ich als letztes gemacht... Ich glaub das letztes habe ich wirklich an dem Weizenfeld und an meinem Dach... Mh... Na gut... Das merke ich mir ja fürs nächste Mal... Es... Jetzt... Äh... Ja... Mir fällt da grad was ein... Äh... Ich mach mal kurz nen Cut hier... Ja... Ehhh... Ehhh... Vielen Dank.